Und Willkommen zu Let's Play Pokémon Astoria Dungeon, Akonistoclave Part 118 von MN614. In der Welt schlugt auf der Suche nach dem, dem, äh, nach dem, äh, ich hab's nicht vergessen, äh, Felsenhorn, genau, nach dem. Hab's nicht vergessen? Wollte ich nicht tun. Also wirklich. Ah, ups. Danke, Kevin. Freu mich nicht, aber trotzdem. Danke. Ich glaube, wir müssen eigentlich bald da sein. Ich weiß nicht, wie viele Ebenen sind, aber ich glaube, es waren so um die 30. Und alles nur runterlunchen. Äh. Ihr macht Top-In von mir, das ist doch klar. Das kann man auch anders erwarten. Ach, was soll's. Ach, fuck's. Oh, Gott. Bitte töte ihn nicht. Das ist nochmal ein Job, ja? Vielen Dank. Okay, Team. Wir kriegen das ja wohl hin. Jetzt doch bei den letzten Play-Innen zu sterben wäre jetzt wirklich feindlich. Sogar für unsere Fäße. Das muss schon was heißen. Nein! Ach, Gott. Wir werden alle sterben. Die setzt das nicht nochmal ein. Nein! Ja, vielen Dank. So freundlich. Ich will lieber sein Wann das jetzt? Oh, Gott. Dammt. Einen hab ich noch. Einen hab ich noch. Oh, das ist schön. Vielen Dank. Na, du auch. Klasse. Kann ich wieder horten gehen? Wo steht das? Oh, for fuck's sake. Willst du mich verarschen? Ah, Moment. Ich will kotzen. Ah, ich hasse diese Viecher. Wo stehst du denn? Okay. Musst du ihn nicht bewegen? Maxi. Das war's denn wohl. Oh, das ist schön. War das ganz toll. Wo steht er denn? Meine Fresse. Oh, Mann. Muss man nicht sterben. Yes. Ach, meine Güte. Tja, und ich dachte, ich würde ihm rauskommen, ohne wieder horten zu müssen. Das ist schön. Das ist ganz toll. Schön. Oh. Oh, ihr könnt ja dann schon. Ach, das ist schön. Jetzt haben wir noch. Bei der letzten Ebene. Alle. Fast alle Blevers haben verloren. Oh, das ist schön. Suchen dir der sieben Schätze. Ich bin Giratina. Welcher der Weltenschlucht. Wenn ihr nach dem Schatz sucht. Bevor du hier rausst, über euch hinaus zu wachsen. Zeigt mal eure Kraft. Jetzt geht's los. Yay. Eine ganz Blevers haben. Oh, Mann. Ist das Arsch nicht lang, das wir heute haben, die ganzen zu sammeln? Oh, das ist schön. 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 Oh, das ist wirklich toll. Ach. Lolo. Oh, das ist schön. Ich weiß gar nichts zu sagen. Oh, das war mein letzter Belevers haben. Oh, Mann. Ist das toll. Ich kann wieder Horten gehen. Ich hab da so Lust drauf. Oh, das war Plinfa. Oh, und das war's. Yay. Oh, mit Mühe und Not. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das war knapp. Yay. Kannst du in alle Belevers haben gekostet? Oh, Plinfa. Och, das geht's gut. Yay. Felsenhorn. Woo. Yes. Ja. Ja, du konntest aber sowas von unser Team. Hast du mich verstanden? Ja. Idiot. Ja, keine Ahnung. Oh, ups. Was war gefahren? So. Zumindest haben wir das Arsch jetzt im Team. Oh, das ist unser letztes Belevers angekostet. Yay. Jetzt kann ich wieder ein Krot eingeben. Ich meine, der ist Horten. Och, Mann. Oh, Freude. Der nächste Morgen. Morgen, Plinfa. Ja, ein toller Tag, wo ich Horten kann. Yay. Ha. Heißt, ewig in den Lagen reinrennen, Boxen einsammeln und hoffen, dass da ein Belevers an drin ist. Und hoffen, dass die im Laden auch welche verkaufen. Und das immer und immer wieder. Das ist schön. Das ist schön. Okay, aber habe ich noch irgendwelche Boxen? So? Ich glaube schon. Oh, ja, habe ich. Okay, was ist drin? Bitte will immer sagen, dass wir das einiges leichter machen. Wenn es ist. Freue mich nicht. Nächste. Wenn es ist. Ja. Wenn es ist. Okay, das kann ich brauchen. Und man bekommt etwas, das ich gebrauchen kann. Yay. Kommt mir auch sonst nie vor. Okay. Jetzt kann ich erst den Sahnen verbrauchen. Das tut weh. Äh. Zumindest habe ich noch die Nebären. Das ist doch auch was. Autsch. 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 Das tut weh. Freue ich nicht. Freue ich auch nicht wirklich. Freue ich nicht. Freue ich nicht. Freue ich nicht. Soll ich behalten? Okay. Ja, vielen Dank. Das habe ich auch erwartet. Könnte ich nur erwarten, dass ihr mal sowas im Angebot habt. Nicht nach. Äh. Oh nein, nein, nein. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Ja. Vielen Dank. Okay. Ich gehe dann mal horten. Wieder mal. Ich kann nach jedem Scheiß Dungeon horten gehen. Das ist doch... Na. Ach. Okay. Einen Moment. Okay. Ich habe wieder gehortet und dann können wir uns eigentlich schon den ersten Wunderbrief holen, oder? Der letzte Dungeon wäre dann die Himmelsstufen. Mit Rayquaza am Ende. Und... 50 Ebenen. Ach das ist schön. Das könnte ein bisschen dauern. Ein bisschen viel. Okay. HW plus 8. Das ist noch lieber als... Lieber so ein horten wusser Pluster. Ähm. 6,6% T. Äh. 5,S5,1. Plus J5,Y. 4 Strich K Raute. Und H at P Strich. Nee, da ist ja. Okay. Und verdammt. Ja. Ja. Okay. Okay. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Hier ist der Fehler. Okay. So. Oh komm schon. Äh. 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 Ups. Ja. Jetzt. Ja. Findet ihr die Aeromonica. Die Tiefen in den Rändern. Und jetzt. Ich hab's weggeklickt. Äh. Okay. Passt. Okay. Ich hab vergessen zu gucken, was es da für Pokémon gibt. Okay. Ich sehe hier noch, dass es da Reifschuss gibt. Oh okay. Soll ich was da Pokémon sind? Soll es mir echt sein. Okay. Yay. Dann schluss ich gleich mal rein, oder? Oh Freude. Adventure. Yay. Ich glaub ich hab noch ein Blaugummimbrotel. Soll ich Pünfer geben. Will ich eh vergessen. Okay. Kann ich noch aufbewahren, falls wir verhungern. Das kann sich eben, das wird glaub ich passieren. Aber ich hab noch ein paar Äpfel geholt. Ich soll das auch glaub ich erst aktivieren, bevor ich da reinrenne. So. Ausheben. Ja jup. Da können wir die Himmelsstufen. Yay. Wie kommen wir denn überhaupt hoch? Brauchte man denn nicht im letzten Teil irgendwie so ein Telefon-Dingens? Ich weiß es nicht mehr. Aber okay. Irgendwie kommen wir schon hin. So. Auf geht's Team. Äh da. Himmelsstufen. Yay. Yay. 50 Ebenen. Woohoo. Oh unbeuglich. Woher hat's gedacht. Okay. Äh. Das ist schon Kevin. Ich hätte da werden gehen, aber da waren Stöcke. Ups. War's doch das gleiche. Mainz. Hallo Kevin. Hier Pippa. Und. Oh. Jetzt haben wir noch ein Lettorskop. Äh. Okay. Hier wird es dir. Äh. Wo ist das Ding? Ich möchte viel Siedel werden. Unglaublich. Wo kommen wir vielleicht hier in dem Loch ab? Nicht viel, glaube ich. Hier bitte Pippa. Mainz. Oh nein. Ich wand. Highies. Oh man. Hier wieder. Also putze ich die Heulen, wenn man sie tötet. Okay. Sollen wir nicht alle in der Wand setzen? So. 1448. Wenn es weiter nichts ist. Kinder spielen. Oh verdammt. Das könnte ein bisschen dauern. Bisschen viel. Bisschen sehr viel. Ich hoffe wir krepieren nicht. Das kannst du normal zu machen wäre wirklich. Ganz toll. Krieg ich das hin? Ja okay. Äh. Oh. Und. Oh ich dachte schon zu der Sackgasse. Yay. Noch 47. So fast. So fast. Bis zum least. Bis zumersChall. Bei. Bei. Auf. Bei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020